hallo ihr lieben und willkommen zu meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ihr bei walk of books ich bin janine und kennt ihr eigentlich schon meinen youtube channel ich meine ihr schaut gerade wahrscheinlich ganz doll hier vorbei aber ich habe extremst wenig aufrufe bei 181 abonnenten ich weiß nicht woran das liegt ich habe ja schon einige versuche einige formate gehabt und habe auch schon immer mal geschaut mit welcher kamera ich am besten das ganze aufnehmen könnte welche bücher ich zeige musikmäßig und überhaupt zentraler alles mögliche habe ich schon gezeigt je nachdem und auch wie gesagt schon 34 verschiedene kameras plus drei oder vier verschiedene handys die je nachdem qualitativ besser und mal schlechter waren letztes jahr habe ich sogar ein maskenpflicht und nun habe ich ein video über masken diensten aufgenommen ja ja hier hatte ich auch nur will im shakespeare woche genau und wenn ich jetzt allerdings auf twitch gehe tatsächlich mehr aufrufe und zeugs als auf youtube und die kamera nehme ich ja auch für die videos die face cams was müssen wir da ändern ansonsten mache ich einfach auf youtube weiterhin meine kleinen süßen buchvideos und übrigens auch auf tütsch läuft musik ne genau auf tütsch mache ich aber working staff hier haben wir co working und das läuft echt gut wir schreiben gemeinsam quasi hier denke ich gerade nach hier ist der chat oder hier auch wir schreiben machen tun und und arbeiten ganz fleißig hier habe ich zum beispiel fast acht stunden lang eine geschichte von jemandem bearbeitet und darüber geredet und das lief echt gut es hat spaß gemacht oder hier haben wir auch noch mal schreibzeit also schaut gerne mal auf twitch vorbei kostet nichts und man entdeckt lauter tolle autoren und autorinnen und ganz viele andere sachen die echt mega interessant sind hier ist zum beispiel gerade auch mein mann genau hier auch autoren stream ist gerade werbung hier bei der gold marie habe ich ein abo da kommt keine werbung und solche sachen die knus auch hierbei genau es macht in jedem fall wahnsinnig viel spaß zu streamen und das ganze mit der community durch zu gehen schaut also ruhig mal vorbei und gibt gibt ja lasst ein bisschen positive energie bei uns es macht wie gesagt wirklich wirklich viel spaß das ganze auszutesten ich hätte es auch nicht gedacht und nun war es das eigentlich auch schon eigentlich wollte ich über was anderes reden aber wir machen jetzt erst mal das weil ich unbedingt mal zeigen wollte wie twitch eigentlich funktioniert und man kann in dem die ganze einstellungen kann man reinschauen es gibt ein video produzenten und auch kleinere sachen mit ja ausschneiden kann man kann mir am wochenende immer zocker zeug macht immer irgendwas mit zocken und dein kanal hat null verwarnungen wegen einer oder drei verwarnungen wegen um den kanal hat null verwarnungen genau also guckt ruhig mal vorbei es lohnt sich wirklich es macht unfassbar viel spaß und ich bin froh dass ich den weg gewagt habe außerdem könnt ihr auch gerne zu meinem discord kommen habe ich nämlich auch noch nun wünsche ich euch aber einen schönen tag und wir sehen lesen und hören uns hoffentlich auch mal bei twitch bis bald eure janine bei bye und dann und dir m ben so f